Hallo und herzlich willkommen zurück zum Entwicklerkommentar des Koranaprologs, ich bin der Milgo und ich weiß auch mittlerweile wieder, was ich erzählen wollte, nämlich zur Elena, also dafür, dass es total uninteressant eigentlich ist, habe ich mich da ganz schön für abgerackert. Auf jeden Fall, es gab so ein, also wir haben die Aufnahme mitbekommen, es gab irgendwie, sie hat irgendwas erzählt und danach kam noch so ein Kicher, ja und das mag einige vielleicht noch verwirrt haben und das ist auch eine seltsame Aufnahme. Und das ist eigentlich nur aus dem Fehler entstanden, des sogenannten Miranda Dialog Creators, das ist ungefähr, ich bin ungefähr einer von zwei Menschen, die den jemals benutzt haben vermutlich. Irgendjemand hat meinen Lagerschuppen ausgeplündert. Jetzt steht der Spiel sehr gut. Als ich feststellte, dass mein Schlüssel zum Lagerschuppen geklaut war, bin ich direkt zum Schuppen gelaufen, welcher natürlich aufgeschlossen und ausgeplündert war. Kann ich dir vielleicht helfen? Klar, beweise mir wer es war. Du solltest mir allerdings schon zwei Beweise bringen. Ich werde allerdings auch nicht ruhen und ebenfalls nachforschen. Vielleicht finde ich ja selbst entschuldigen. Und diese Sprachaufnahme war eigentlich so nicht vorgesehen. Allerdings hat sie mir dann im Endeffekt doch so gut gefallen, dass das Kichern noch danach kam, dass ich es so gelassen habe, anstatt es zu korrigieren. Also eigentlich hätte das in einer Aufnahme, hätte sie irgendwas sagen sollen und dann danach kichern sollen. So kam halt das Kichern in eine zweite Aufnahme. Total uninteressant, aber war mir noch ganz wichtig, das zu erwähnen. So, der Lagerschuppen wurde ausgeplündert. Der Dieb hat die Beute wahrscheinlich längst versteckt oder aufgegessen. Allerdings würde den Schlüssel nicht einfach weggeworfen haben. Ich würde ja zu gerne alle Taschen und Truhen nach dem Schlüssel durchsuchen. Es kann aber auch gut sein, dass einer der anderen was gesehen hat. Okay, und hier soll dem Spieler wirklich suggeriert werden, hey, du bist aufgeflogen und, oh, der Regen ist aber jetzt schön. Also schöner, vielleicht ein bisschen too much, aber auf jeden Fall wesentlich besser als im Original. Und der Spieler sollte jetzt eigentlich schon ein bisschen Panik bekommen, ja, von wegen, hey, der kann mich erwischen, was passiert, wenn er mich erwischt. Ich glaube, richtig schlimm ist das nicht. Naja, auf der Spieletextur sieht das mit dem Regen aber nicht so schön aus. Naja. Und dementsprechend soll er jetzt eigentlich ein bisschen Panik schieben und sich überlegen, wie kann ich, ähm, wie kann ich den Verdacht von mir ablenken. So, im Nachhinein, jetzt würde ich auch nicht mehr so einfach, wenn man hier die Truhe benutzen möchte, da nur fest verschlossen ausgeben lassen. Aber okay. Ja, und da es, äh, regnet, heißt es, die 16.30 Uhr des ersten Spieltags sind wohl um, denn es beginnt immer am ersten Spieltag um 16.30 Uhr zu regnen. Hallo, ich bin Garrick. Hallo, ich bin Harald. Verzeih mir, ich bin total platt. Jeden Tag diese harte Arbeit, da bleibt nicht viel übrig. Aber irgendwer muss das Feld bestellen, sonst verrecken wir noch alle, falls die Fische mal ausbleiben. Zu allem Überfluss ist Vikas noch verschwunden. Er wollte mit den Jägern zechten und kam nicht wieder. Vermutlich liegt er unter irgendeinem Baum und schläft seinen Rausch aus. Und ich darf noch seine Arbeit mitmachen. Fauler Hund. Der Sprecher von Harald war auch ein, äh, oder ist ein professioneller Sprecher, einer der wenigen, die sich bereit erklärt haben, für uns kostenlose Sprachaufnahmen zu erstellen. Aber sehr gut, sehr professionell. Wie läuft die Feldarbeit? Ganz gut soweit. Nur seit zwei Tagen verschwinden nachts immer mehr Rüben von dem Feld. Ich wollte mich einmal nachts auf die Lauer legen, doch ich bin eingeschlafen. Die harte Feldarbeit schlaucht einfach. Hast du eine Ahnung, wer der Dieb sein könnte? Nein, keine Ahnung. Aber du könntest es für mich herausfinden. Du willst doch mit Tom nach Korana, oder? Ja. Dann wird er dich nur mitnehmen, wenn du dich hier nützlich machst. Wenn du mir hilfst, werde ich Tom sagen, dass du ein tüchtiger Bursche bist. Lege dich nachts auf die Lauer, wenn der Dieb kommt. Greif ihn an, damit er nicht entkommen kann. Weck mich dann am nächsten Morgen auf und erzähle mir, was du herausgefunden hast. Bist du dabei? Und hier wieder die typische Entscheidung, lehne ich es ab oder nicht? Ich kann es natürlich auch ablehnen. Nein, dafür habe ich keine Zeit. Tja, dann wirst du schauen müssen, wie du Tom dazu bringst, dich mit nach Korana zu nehmen. Und das ist natürlich wieder nur eine Fake-Auswahl. Also, ich bin mir nicht sicher, ob man die Quests ablehnen kann, ob man es da noch schaffen kann. Aber letztendlich bringt einem das nicht viel. Hier natürlich auch wieder so ein Gimnic von Freddy. Auch wenn sie jetzt, diese Pfütze, sehr schlecht hier dargestellt wird. Oh, dann wird das in der Kohlenmine noch relativ hässlich durch den Patch. Der Direct-X-Patch ist natürlich noch nicht fertig, deshalb gibt es so Ungreimtheiten, dass unsichtbare Objekte sichtbar sind oder hier durchsichtige Texturen wahrscheinlich noch nicht so ganz korrekt dargestellt werden. Oder dass das Wasser in Strömen an den Charakteren abfließt. Aber an den Felsen da hinten finde ich das wiederum sehr schön. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu dunkel. Moment, da möchte ich doch noch was sehen. Zum einen das Wasser sehr schön, aber zum anderen hat man das Gefühl, wenn man da an den Strand guckt. Ja, okay, das Wasser... Okay, es sieht nur ein bisschen so aus, als würde das Wasser den Berg hochkriechen. Es soll nur so suggeriert werden, dass da der Regen niederpasst. Es ist einfach ein bisschen too much. Also das ist... Das soll vielleicht ein bisschen zurückreguliert werden. Naja. Wenn ihr spielt, dann hat sich das ja vielleicht schon erledigt. So, ich habe die Quest jetzt abgelehnt. Ich kann aber zum Harald wieder hingehen und... Ich werde dir doch helfen. Gut, dann bleib wachsam. Die Quest dann doch noch akzeptieren. Naja. Ähm. Ja, was soll man machen? Wir können... Man kann irgendwie schlecht sagen, hey, du kannst alle Quests... Also... Prinzipiell würde ich sagen, die Quest, die man annehmen möchte, die soll man annehmen. Oh, ich kann Marti Schlüssel unter Haralds Bett verstecken. Was für ein Zufall. Ähm. Und wenn man die Quest halt... Wenn man eine Quest halt nicht machen möchte, dann soll man halt sie nicht machen. Ja, bei ein paar ist das doof. Wenn man zum Beispiel die Kohlmine nicht finden möchte, dann geht halt die Mod nicht weiter. Dann, äh, muss man, äh, letztendlich aufhören. Aber sowas wie mit Vikas, ja. Den kann man suchen. Den kann man finden. Und ich... Ich muss sagen, die Quest gefällt mir nicht mehr so recht. Ähm. Es macht keinen Spaß, äh... Zu Vikas hinzugehen. Huch, jetzt ist... Der Regen auf meinen... Auf dem... Hält fest. Hm. Das ist aber nicht sehr schön. Das sieht mir eher wie ein Grafikfehler aus. Na gut, dann speichere ich nochmal kurz und lade in der Hoffnung, dass es davon weggeht. Auf jeden Fall, wenn man so eine Quest nicht machen möchte, dann lasse einfach. Ja. Und durchs Neuladen geht's wieder. Huch. Mit Walina hab ich, glaub ich, schon gesprochen. Äh, auch hier so ein kleiner Kritikpunkt, der immer wieder aufkam, wobei nicht von vielen. Weil viele nehmen auch einfach gerne das ganze Zeug aus den Häusern mit. Ähm. Man kann einfach alles mitnehmen. Und es kümmert keinen. Ja. Das stimmt. Das, äh, ist mir auch bewusst. Und das, diese Entscheidung war auch bewusst. Ich schlaf jetzt mal bis Mitternacht, um, äh, auf das Feld aufzupassen. Was mir ja Harald, ähm, worum Harald mich gebeten hat. Die Konsequenz wäre natürlich andererseits gewesen, die, ähm, MPCs reagieren auf, äh, Diebstahl. In ihren Häusern. Ähm. Das hätte ein paar Nachteile. Zum einen, ja, dann schlagen sie sich halt nieder. Äh, wahrscheinlich. Das fand ich übrigens auch nicht gut hier. Rüben, äh, Räuber sind, sollen das sein. Aber hier gibt's nur 10 Rüben. Und die, ähm, Räuber tauchen nicht bei den Feldrüben auf. So, aber wenn, jetzt noch mal zurück. Oh, gerade meine Gedanken springen hier. Wie sonst was. Ich hoffe, ihr kommt mit. Ähm. So, wenn man den, den Gegenstände, ähm, klauen kann. Und, ähm, die darauf reagieren. Und dann, nach Gothic-Logik, sind die dann eingeschnappt. Ja, man kann natürlich auch sagen, hey, die hauen dich dann nieder und dann ist alles gut. Oder sonst was. Ähm. Aber sonderlich realistisch wär das nicht. So, und jetzt muss man bei irgendjemandem Geld zahlen. Das wär ein doofe System gewesen. Ich, ich mag das halt nicht. Dieses, oh, ich werde deine Tat dem bösen Tom melden. Ja, und dann muss man bei Tom 50 Goldstücke, äh, zahlen. Und dann hat, äh, haben alle vergessen, dass ich irgendwas geklaut hab. Andererseits, äh, wär natürlich die Möglichkeit gewesen, Vergessenszauber irgendwo zu deponieren. Und dann, dass man halt diejenigen, die man verärgert hat, ähm, ja, das vergessen machen, äh, lassen kann. Ähm. Ähm, nur hatten wir halt keinen, der irgendwie Magiebedarf, äh, anbieten sollte. Weil Anderer wäre die einzige, die noch irgendwie in die Richtung geht. Aber wir wollten das bei, ähm, Korana eigentlich sehr stark limitieren. Ich glaub, wir wollten sogar gar nicht mehr Runen einsetzen. Äh. Ich glaub, es gab auf Korana auch keine Magier. Da gab es drei, ähm, Fraktionen. Ähm, kann auch sein, dass eine davon die Magier waren. Aber ich mein, es gab da drei Fraktionen. Die Stadtwache von Korana. Äh, noch so eine dritte Partei, die eher auf Geschick und Fernkampf aus ist. Auch mit Armbrust, mein ich. Vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ist echt zu lange her. Äh, und die dritte Fraktion wäre eigentlich ganz interessant gewesen. Wie viel Uhr ist denn jetzt? Mein Gott, sie könnten nochmal langsam kommen. Ähm, die dritte Fraktion, das wären die Gelehrten gewesen. Die hätten noch so einen Sonderweg eingeschlagen. Weder, ähm, Stärke noch Geschicklichkeit hätten die geskillt. Oder vielleicht ein bisschen Geschicklichkeit. Aber die hätten eher mit Maschinen, äh, gearbeitet. Und sich selber Spruchrollen gebastelt, um mit denen zu kämpfen. Und die hätten so einen, ja, so einen Weg beschritten, den es bisher noch nicht gab. Da sind die Feldräuber einfach gespawnt. Ist natürlich relativ dumm, wenn man dann auf der Stelle steht, wo die, äh, Feldräuber auftauchen. Ähm. Aber, wir haben das jetzt bewusst in Kauf genommen. Das sind ja auch nur junge Feldräuber, die können ja gar nichts. Ups. Da hab ich gedacht, ich erwische ihn. Äh, und im Zweifelsfall kriegt man die auch so besiegt. Oh, aber zwei auf einmal bin ich nicht. Ich bin doch zu pissig. Selbst auf einem leichten Schwierigkeitsgrad. Oh. Geh nach Hause. So, ne Pissnäcke. So, dann haben wir auch gleich die Feldräuber erledigt. Ähm. Ich kann auch gerne mal zeigen. Ich weiß nicht, ob das so allen geläufig ist, die die Mod gespielt haben. Das ist, Inventar sieht echt nicht so hübsch aus. Da wird, glaub ich, auch Tessillation angewandt und das, äh, funktioniert hier nicht. Ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub schon. Ähm. Was vielleicht einigen nicht klar war, ähm. Na, äh. Na, kann ich hin? Weggelockt. Äh. Jawoll. Den einzelnen Wolf weggelockt. Ähm. Ja, ich wollte meinen Satz beenden. Hup. Ähm. Man hat ja jetzt die Feldräuber, ähm, aufgespürt und anscheinend sind die diese bösen Rüben, jäh, äh, Räuber. Und, ähm, man bekommt natürlich jetzt von Halt den Auftrag, hey, ihr müsst irgendwo ein Nest sein. Da ist nichts zu holen. Äh. Hab ich eigentlich nicht, weißt, Fälle, äh, nehmen gelernt. Oh, das war aber ganz schön dämlich von mir. Habe ich einfach vergessen. Ich weiß, dass ich's machen wollte. Ähm. Oh, ich soll vielleicht schlafen, weil es ist ja wieder so dunkel und dann seht ihr gar nichts. Und auf jeden Fall kann man das, äh, Feldräubernest ja finden und dann zu Halt zurückkehren und, äh, sagen, hey, komm Halt, komm mit. Ähm. Ähm, wir gehen jetzt das Feld aus, ähm, wir gehen jetzt das Feld ausheben und, oh, ich muss natürlich auch bald auf den, äh, Diebstahl reagieren. Sonst, äh, sonst, äh, sonst, äh, sonst nimmt Mathis raus, dass ich das war. Und ich kann irgendwie der Halt mitnehmen. Oh Gott, meine Gedanken springen sonst was. Das ist ja krass. Hatte ich sonst, äh, hab ich sonst eigentlich nicht. So, jetzt mal den Gedanken zu Ende bringen. Ähm, man kann auch die Feldräuber selber erschlagen. Also das, äh, Feldräubernest und dann zu Halt gehen und sagen, hey, ich hab das ganz allein geschafft und dann sagt Halt, ja, auch gut, muss ich nicht mehr mitkommen. Dann muss man nicht, äh, Halt irgendwo hinführen. Ja, die Elenda macht das hier schon schön. Ich glaub, ja. Hast du vor kurzem etwas Ungewöhnliches gesehen? Hm, etwas Ungewöhnliches? Moment mal. Ja, Farel. Er ist in den letzten Tagen immer spät aus dem Wald gekommen. Er wollte mir auch nicht verraten, was er die ganze Zeit gemacht hat. So, man kann, äh, man muss ja irgendeinen Schuldigen finden, für Martys Schlüssel. Und das ist zum einen Harald und zum anderen Farel, den man halt eben mit genau dieser Aussage, ähm, belasten kann. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da noch die Quest zustande kommt mit Elena. Na, deswegen geh ich hier mal lieber auf, äh, Stufe sicher, weil ich würd die eigentlich ganz gern auch nochmal sehen. Deshalb, ähm, fragen wir jetzt Tom. Hast du vor kurzem etwas Ungewöhnliches gesehen? Hab er etwas Ungewöhnliches gesehen? Hm, etwas Ungewöhnliches. Ja, ich hab Harald abends gesehen, wie er in den Wald gegangen ist und einige Zeit später zufrieden zurückkam. Er trug auch irgendwas. Das muss ein Sack gewesen sein. Als er zurückkam, hatte er ihn nämlich nicht mehr. Wir finden leider auch niemals raus, was die da getrieben haben, Farel und, äh, Harald jeweils. Ähm, man kann auf jeden Fall, ähm, für den Diebstahl beide belasten. Ähm, Farel verarbeitet das halt genau gleich wie mit der Quest von Elena, die dann später zustande kommt. So, ich hab den, äh, Schlüssel versteckt. Ich bin mir gar nicht sicher, kann ich ihn jetzt da noch rausnehmen? Falls ich Farel belasten möchte. Ja, tatsächlich, ich kann ihn auch wieder herausholen. Das, äh, da hat sich ja jemand was dabei gedacht, dass er das so umgesetzt hat. Ähm, ja, und jetzt belasten wir mal Harald. Du hast meinen Lagerschiffen ausgeräumt. Du kannst froh sein, dass wir ein friedliebendes Volk sind. Du brauchst jedenfalls erstmal nicht zu mir zu kommen. Du könntest aber trotzdem mal nach Farel schauen. Er ist in letzter Zeit so abwesend. Okay, das war jetzt doof. Der hat mir einen Tag, äh, Zeit gelassen, um jemanden zu überführen. Und ich hab ihn nicht genutzt, diesen Tag. Ähm, ja, ich soll nach Farel sehen. Ach ja, 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 jetzt startet die zweite Quest. Äh, jetzt kann man eine Weile lang nicht mit Martis handeln. Das ist jetzt natürlich für mich sehr doof, weil ich somit nicht an Colvins Karte rankomme. So, und jetzt ein kleiner Dialog mit Farel, der da so, äh, deprimiert sitzt. Und, ja, hm, was soll ich da sagen? Hallo, ich bin Garic. Hallo, ich bin Farel. Nimm's mir nicht übel, aber ich habe eigentlich keine Lust zum Reden. Wenn du irgendetwas über das Dorf wissen möchtest, sollst du mit Tom reden. Er ist hier sozusagen der Dorfvorsteher. Wenn du handeln willst, kannst du zu meinem Vater Martis gehen. Hm, irgendwie hab ich gerade ein Déjà-vu. Was machst du hier? Ich denke viel nach. Willst du mir sagen, über was? Naja, zum Beispiel über meine Eltern. Oder wie ich die schöne Elena vielleicht rumkriegen könnte. Du kennst sie bestimmt. Naja, es geht. Sie ist so wunderhübsch. Und ihre Stimme. Wenn ich doch mindestens die Chance hätte, mich mit ihr zu treffen. Sehr interessant hier auch, ähm, auf den Kommentar. Ähm, du kennst sie doch bestimmt. Äh, reagiert Garic. Je nachdem, ob er sie schon getroffen hat. Schon mit ihr geredet hat. Und ob er die Quest für sie mit den Blumen schon erledigt hat. Und, ähm, der Sprecher von Ferell. Das ist eine jüngere Ausgabe von mir. Ähm, ich bin da auch nicht mehr ganz so stolz drauf. Also ich, also Ferell ist ja ein sehr deprimierter Zeitgenosse. Und das wollte ich auch mit einer etwas demotivierten Stimme zum Ausdruck bringen. Im Nachhinein hätte ich das bestimmt noch anders gemacht. Ähm, Ferell ist ja auch einfach ein Schlappschwunst. Ähm, also passt er zu meiner Stimme sehr gut. Ähm, aber ich hätte im Nachhinein das doch ein bisschen kräftiger machen können. Ähm, ja, naja. Jetzt ist es so und ich kann es nicht mehr ändern. Und, äh, ich hab, äh, hab es dann später bei anderen Sprecherrollen besser gemacht. Allerdings nicht in meinen, äh, Modifikationen eigentlich. Soll ich dir vielleicht helfen, dich mit ihr zu treffen? Das würdest du tun? Aber wie willst du das anstellen? Nun ja, das wird sich wohl ergeben. Super. Also am besten sollte es ganz spät sein. Und außerhalb des Dorfes. Damit wir nicht beobachtet werden können. Ach ja, die Alten sind, ähm. Na gut. Also, Elena, äh, er möchte sich mit Elena treffen. Äh, und das arrangieren wir natürlich. Und das ist bei der Umsetzung so eine beschissene Quest gewesen, kann ich euch erzählen. Hallo, hallo. Sag mal, was hältst du von Ferell? Ferell? Harmlos, würde ich sagen. Hm. Das ist natürlich auch eine super Reaktion von ihr. Harmlos.